Wir schauen uns heute das komplizierte Thema der computerimplementierten Erfindungen an, beziehungsweise der Software-Patente. Und zunächst einmal ganz kurz zum Urheberrecht. Das Urheberrecht schützt nämlich nicht den technischen Effekt der Software. Geschützt wird nur die konkrete Ausdrucksform des Codes und deswegen ist der Inhalt der Software nicht über das Urheberrecht geschützt. Und daher stellt sich die Frage, ja kann man denn Software patentieren lassen? Weil das ist doch auch was Technisches. Das Problem ist hier aber, wir wollen nur Lehren patentieren, die einen technischen Charakter haben. Und hier gibt es die ganz große Gefahr, dass ich eine nicht-technische Lehre habe. Zum Beispiel ökonomische Rechnung. Und jetzt kombiniere ich einfach meine wissenschaftliche Theorie, meine Methode, kombiniere ich jetzt einfach mit einem Computer und das ist dann eine Mischerfindung. Und dann sage ich, ja, zwar ist meine ökonomische Rechnung nicht technisch, okay, das beschreite ich nicht, aber mein Computer ist doch technisch. Und dementsprechend ist doch hier der technische Charakter gegeben und dementsprechend kann ich dann meine ökonomische Rechnung hier monopolisieren. Das soll verhindert werden. Also das ist wirklich dieses Problem. Und das ist auch wirklich ganz schwer, das zu lösen. § 1 Absatz 3 Nummer 3 Patentgesetz sagt, als Erfindung im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen Programme für Datenverarbeitungsanlagen und Absatz 4 sagt dann, das gilt aber nur dann, wenn der Schutz für diese als solche begehrt wird. Okay. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wie ist damit umzugehen? Und dieses Problem der computerimplementierten Erfindung wird auf zwei Stufen für euch relevant in der Prüfung. Einmal hier beim technischen Charakter und einmal hier bei der erfinderischen Tätigkeit. Das sind die beiden Punkte, wo ihr die computerimplementierten Erfindungen thematisieren müsst, falls eine solche im Sachverhalt in der Klausur vorliegt. Zunächst einmal zum technischen Charakter. Und hier vorab, es gibt einmal den Ansatz des BGH und einmal den Ansatz des EPA, des Europäischen Patentamtes. Das Europäische Patentamt unterliegt nämlich keiner Jurisdiktion, also kein Mensch überprüft das Europäische Patentamt, sondern es gibt im Europäischen Patentamt noch Beschwerdekammern und genau. Aber wenn irgendwie das EPA ein Patent nicht erteilt, dann kann man da nicht irgendwie vor dem BGH klagen und da irgendwie sagen, hey, das EPA hat mir das nicht erteilt. Das geht nicht. Aber natürlich, wenn man beim DPMA ist, dann kann man klagen, dann geht es meistens vor das Bundespatentgericht und dann geht es vor den BGH und der BGH ist in diesem Fall sogar Tatsacheninstanz. Ja, genau, das ist ausnahmsweise der Fall, wo der BGH Tatsacheninstanz ist. Aber okay, das ist jetzt nicht das Thema in diesem Video. Also, technischer Charakter. Und der BGH sagt hier, und das finde ich bevorzuge auch persönlich dem BGH, der BGH sagt hier, ja, in §1 Absatz 3 Nummer 3 steht drin, Programme für Datenverarbeitungsanlagen, das sind keine Erfindungen oder die haben keinen technischen Charakter. Und Absatz 4, der sagt auch noch was dazu. Und der BGH sagt jetzt, ja, das können wir nicht einfach ignorieren, das müssen wir prüfen. Wir müssen prüfen, ob das in Frage stehende Computerprogramm eine Datenverarbeitungsanlage ist oder nicht. Wir müssen uns fragen, ob die Lehre darüber hinaus geht oder eine bloße Datenverarbeitung ist. Wenn es eine bloße Datenverarbeitung ist, dann fehlt der technische Charakter und dann, ja, gibt es kein Patent. Wenn die Lehre aber über die bloße Datenverarbeitung hinausgeht, ja, dann ist der §1 Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 nicht einschlägig. Und dann prüfen wir ganz normal weiter und dann kann, dann ist der technische Charakter jedenfalls zu bejahen. Okay. Das EPA, das sagt jetzt bei dem technischen Charakter einfach, ja, es wird ein Computer verwendet, das reicht mir aus, wir bejahen den technischen Charakter. Okay. So macht es das EPA und genau, das ist dieser erste Prüfungspunkt. Natürlich kommen wir jetzt zu der erfinderischen Tätigkeit und ich fange jetzt mal mit dem EPA an. Das EPA, das den technischen Charakter unproblematisch bejaht hat, das sagt jetzt bei der erfinderischen Tätigkeit, hier müssen wir den Kommenwegansatz machen. Und wir müssen nur auf solche Elemente schauen, die technischen Charakter haben, also die irgendwie, ja, technisch sind. Und deswegen ist dann der Kommenwegansatz des EPA, wir müssen die Unterschiede gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik, ja, herausstellen. Dann müssen wir schauen, welche sich vom Stand der Technik unterscheidenden Merkmale sind technische Merkmale und dann müssen wir schauen, begründen diese technischen Merkmale eine erfinderische Tätigkeit. Also das EPA ignoriert sozusagen diese erste Voraussetzung mit dem technischen Charakter und bei der erfinderischen Tätigkeit. Da wird dann nur auf die technischen Elemente geschaut und dann geschaut, ja, Verwendung eines Computers, ja, aber das ist schon Stand der Technik. Das kann also nicht die erfinderische Tätigkeit begründen. So, gibt es noch weitere technische Merkmale bei dieser Erfindung? Ja, wie sieht es damit aus? Mit diesem Merkmal X, das lag nahe und deswegen ist das begründet dieses Merkmal X auch keine erfinderische Tätigkeit. Deswegen geben wir insgesamt diesen Patent, deswegen bewilligen wir dieses Patent nicht. So, der BGH macht das irgendwie ein bisschen, ich mag das mehr, ich finde man kann nicht einfach so den Paragraf 1 Absatz 3 Nummer 3 und den 1 Absatz 4 ignorieren, sondern wir sind hier in Jura, wir müssen ein bisschen auch Rechtsdogmatik hier einhalten und dementsprechend prüft der BGH eigentlich das, was das EPA hier macht, prüft der BGH im Wesentlichen hier und alles, was der BGH bei dem technischen Charakter noch nicht so gemacht hat wie das EPA, macht der BGH dann spätestens hier. Das heißt, die beiden kommen eigentlich immer zu denselben Ergebnissen. Mh, genau. Machen wir ein paar Beispiele, dann ist das nicht so abstrakt. Hier seht ihr ein paar Beispiele aus dem Kommentar. Ich mache aber mal, na zunächst einmal gebe ich ein paar Tipps und dann schauen wir uns ein paar Beispiele an. Also, die Kernfrage und ich folge jetzt immer dem BGH, auch in meiner Klausur, Klausur bin ich dem BGH gefolgt und das finde ich auch, also zumindest für uns Juristen finde ich das logischer. Wir müssen uns nach dem BGH fragen, geht das hier, was hier angemeldet wird, über die bloße Datenverarbeitung hinaus? Das ist die Kernfrage bei dem technischen Charakter. Und das ist dann der Fall. Wenn ein naturwissenschaftlicher Erfolg erzielt wird, dann ist der technische Charakter regelmäßig zu bejahen. Rein betriebswirtschaftliche oder sprachliche Sachen, das ist ein sprachlicher Erfolg. Ja toll, interessiert mich nicht. Das ist nicht technisch, das kann nicht den technischen Charakter begründen. Wenn die Software mehr leistet als die Ansteuerung von Hardware, dann spricht das auch regelmäßig für einen technischen Charakter. Wenn die Software mehr macht als irgendetwas, was der Mensch schon kann, nur schneller. Mein Lieblingsbeispiel hier sind Rechnungen. Natürlich kann ich 6x6x8x9x12 im Kopf rechnen oder mit dem Schrift und mit dem Bleistift und Papier. Kann ich natürlich das ausrechnen. Da brauche ich halt ein paar Minuten für. Okay, und ein Computer, der kann das halt in zwei Sekunden ausrechnen. Das ist aber nur, da macht die Software nur etwas schneller als das, was ich als Mensch schon kann. Die Software kann das einfach nur schneller als ich und das genügt nicht. Nur Schnelligkeit ausnutzen, Schnelligkeit bei Rechnungen, Schnelligkeit bei ökonomischen Rechnungen, das reicht nicht, um einen technischen Charakter zu bejahen. Auch Schach spielen. Ich kann Schach spielen. Ich kenne alle Züge. Nur der Computer findet natürlich den besten Zug. Den kann ein Mensch möglicherweise auch finden. Aber der Computer kann das deutlich schneller und all sowas ist deswegen nicht patentierbar. Schauen wir uns ein Beispiel an. Und das ist wahrscheinlich das Beispiel, wo man ganz klar sagt, hier ist der technische Charakter zu bejahen. Also, ein Antiblockier-Riegelsystem für Druckmittel betätigte Fahrzeugbremsen mit einer Drehverzögerungsschaltvorrichtung, die in Abhängigkeit vom Drehverhalten des überwachten Rades elektrische Signale erzeugt und ein Ein- und Auslassventil betätigt. Also, und so weiter, und so weiter, das ging noch über ein paar Zeilen im Urteil, oder dieser Patentanspruch ging noch über ein paar Zeilen, die habe ich hier mal weggelassen. Das, was hier geschützt werden soll, ist das ABS-System eines Autos. Und hier wird ein naturwissenschaftlicher Erfolg erzielt. Nämlich der Zweck des vorliegenden Anmeldegegenstandes ist die unmittelbare Erreichung einer optimalen Bremswirkung, wobei mit Hilfe von Naturkräften der Erfolg ohne Zwischenschaltung von Verstandeskräften erreicht wird. Also, diese Software erreicht, dass Naturkräfte so eingesetzt werden, dass das Auto möglichst schnell zum Stehen kommt. Und deswegen ist hier der technische Charakter, der wird außerhalb des Rechners bewirkt, und deswegen einmal hier ein technischer Charakter ist zu bejahen, und einmal war das hier auch eine erfinderische Tätigkeit. Ja, hier hat in dieser Entscheidung, hat der BGH noch die sogenannte Kerntheorie vertreten. Könnt ihr euch mal im Kommentar anschauen, was das bedeutet. Ja. Wir machen ein weiteres Beispiel. Die S meldet eine neuartige Software an, mit deren Hilfe die Eingabe von chinesischen Schriftzeichen in Computer erleichtert wird. S meldet das an, der Patenteanspruch lautet wie folgt, Verfahren zur Eingabe chinesischer Zeichen in Textsystemen, die mindestens eine Eingabetastatur, eine Steuerungs- und Speichereinheit und eine Einzeigereinheit aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl für Einzelzeichen als auch für wörterbildende Zeichenfolgen, phonetische Kennzeichen und oder grafische Kennzeichen mittels der Tasten der Eingabetastatur eingegeben werden, dass in einem ersten Speicher der Speichereinheit die phonetischen Kennzeichen und bedarfsweise die grafischen Kennzeichen von Zeichen entsprechend der Häufigkeit ihres Auftretens in der chinesischen Sprache gespeichert sind. Die Innovation und, okay, das hier ist das Wichtige, die Innovation liegt in der Klassifikation der verschiedenen Schriftzeichen, die in ein schnelleres Auswählen der einzugebenden Zeichen erlaubt. Diese ist neuartig und lag einem Fachmann nicht nahe. Die softwaretechnische Umsetzung entspricht dagegen der Durchschnittsleistung eines Programmierers. So, in diesem Fall chinesische Schriftzeichen vor dem BGH. Wir sind bei dem technischen Charakter und hier müssen wir doch sagen, das erfinderische Merkmal hier ist die Leistung eines Sinologen, also eines Typen, der sich irgendwie mit Sprache beschäftigt. Möglichst schnell bestimmte Schriftzeichen auszuwählen, ist kein technisches Problem. Hier geht es nur um die Schnelligkeit. Es wird kein naturwissenschaftlicher Erfolg erzielt. Die Eingabe von Daten an der Tastatur durch einen Menschen wird lediglich verarbeitet. Nochmal erklärt, das ist jemand, also das, was hier angemeldet wurde, das ist eine Software und da tippe ich an der Tastatur, an meiner, ich sage jetzt mal, normalen Tastatur und die Software macht dann, ja, schaut dann, was ist das wahrscheinlichste chinesische Schriftzeichen, was ich hier schreiben wollte. Und das ist einfach nicht etwas Technisches. Das ist nur eine Leistung eines Sinologen und deswegen werden auch nur Daten verarbeitet. Ja, der technische Charakter ist zu verneinen. Hier ein Beispiel aus meiner Schwerpunktklausur. Ein rotierendes Menü wird beim DPMA angemeldet. Dadurch wird die Darstellung von Menüpunkten vereinfacht. Also hier in diesem Karussell. So wird das halt dargestellt. Und auch hier muss man einfach sagen, hier wird einfach nur eine Darstellweise versucht zu patentieren. Es wird kein naturwissenschaftlicher Erfolg erzielt, sondern es geht nur um die Darstellweise. Hier wird lediglich menschlicher Input ausgewertet, um etwas anzuzeigen. Das waren meine Argumente, die Argumente des BGH. Die Anweisung, das Menü in einer bestimmten Perspektive wiederzugeben und hierzu Form oder Größe eines Menüpunktes zu ändern, betrifft lediglich die grafische Darstellung der zur Verfügung gestellten Informationen. Eine solche Darstellung ermöglicht zwar eine benutzerfreundlichere Wahrnehmung, Sie leistet jedoch keinen technischen Beitrag zur Ermöglichung der Wahrnehmung selbst, ihrer Verbesserung oder ihrer zweckmäßigen Gestaltung. Genau, und deswegen ist hier der technische Charakter zu verneinen. Letzter Punkt. Ja, könnt ihr euch hier durchlesen. Und ich decke auf. Eine Webseitenanzeige. Auch hier geht es nicht über die bloße Verarbeitung von Daten hinaus. Zwar liegt eine automatisierte Registrierung und Dokumentation hier vor, aber die Leistung des Verfahrens besteht trotzdem lediglich in der Erfassung, Speicherung und Aufbearbeitung der diesbezüglichen Rechneroperation. Und deswegen ist das hier nicht patentierbar. Genau, ihr könnt euch auch hier das Online-Buch vom Europäischen Patentamt mal durchlesen. Kleine Warnung, das hat 2117 Seiten. Also ist jetzt nicht so eine Lektüre für den Samstagabend. Okay, hier seht ihr dann die Kontrollfragen. Und das war es dann von dem heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte das etwas verständlich rüberbringen, dieses Thema. Es ist wirklich sehr kompliziert. Ja, einfach das EPA bejaht den technischen Charakter und schaut dann bei der erfinderischen Tätigkeit, was waren hier die technischen Elemente und war das hier erfinderisch. Und der BGH, der prüft den 1 Absatz 3 Nummer 3 und Absatz 4 und fragt sich zunächst einmal, geht das hier über die bloße Datenverarbeitung hinaus? Und dann prüft er auch noch die erfinderische Tätigkeit und schaut dort auf die technischen Merkmale. Okay, das war es dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.